Wie gut ist das kostenlose Commerzbank Girokonto? Welche Vor- und Nachteile bringt es mit und wie sehen die Konditionen aus? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen. Wir zeigen dir, ob sich das Commerzbankkonto für dich lohnt und wie du es kostenlos ergänzen kannst, um das Beste herauszuholen. Hallo und herzlich Willkommen bei GeldRat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Like da, wir würden uns sehr freuen. Die Commerzbank bietet zu ihrem kostenlosen Girokonto gebührenpflichtige, zubuchbare Erweiterungen an. Mit unseren Tipps am Ende des Videos kannst du einen Großteil aber auch ohne eine Gebühr bekommen. Links zu allen im Video vorgestellten Produkten findest du wie immer unter dem Video. Die 8 Vorteile beim Commerzbankkonto Vorteil Nummer 1. Kostenlose Kontoführung ist möglich. Das Commerzbankkonto ist kostenlos, wenn du Geldeingänge von mindestens 700 Euro monatlich sicherstellst. Erfüllst du diese Bedingungen nicht, wird eine Kontoführungsgebühr von 9,90 Euro berechnet. Vorteil Nummer 2. 50 Euro Startguthaben. Aktuell zahlt die Commerzbank ein Startguthaben in Höhe von 50 Euro, wenn du das neu eröffnete Konto aktiv nutzt. Startguthabenaktionen können sich schnell ändern. Ob die Aktion noch läuft, wenn du das Video siehst, erfährst du unter dem Link unter dem Video. Vorteil Nummer 3. Bargeld-Einzahlungen sind kostenlos. Zum Einzahlen von Bargeld kannst du die Einzahlungsautomaten der Commerzbank nutzen. Die Bargeld-Einzahlungen sind gebührenfrei und das ohne Einschränkungen in der Häufigkeit. Vorteil Nummer 4. Kostenlos Geld abheben in Deutschland. Zum kostenlosen Commerzbank-Girokonto hältst du eine ebenso kostenfreie Girocard dazu. Mit ihr kannst du an allen Automaten der Cashcube, also der Commerzbank, der Deutschen Bank, der Postbank und der Hypo4einsbank kostenlos Geld abheben. Außerdem kannst du an rund 1.300 Shell-Tankstellen sowie in den Filialen von Rewe, Penny, Thom, Aldi Süd, Lidl, Edeka, DM, Netto, Norma und Familia kostenlos Bargeld auszahlen lassen. Hier ist allerdings in den meisten Fällen ein Mindesteinkaufswert zwischen 5 und 20 Euro nötig. Vorteil Nummer 5. Kostenlose Mastercard-Debitkarte inklusive. Mit dem Commerzbankkonto kommt außerdem eine virtuelle Mastercard-Debitkarte, die du zum Online-Shopping nutzen kannst. Zahlungen in Geschäften sind mit ihr ebenfalls möglich, wenn du sie für mobile Zahlungen mit dem Smartphone via Apple Pay oder Google Pay einrichtest. Vorteil Nummer 6. Kostenlos buggellos bezahlen in der Eurozone. Sowohl mit der Girocard als auch mit der Mastercard kannst du in allen Ländern mit dem Euro als Währung kostenlos buggellos bezahlen. Außerhalb des Euro-Raumes fallen Fremdwährungsgebühren an. Wie hoch sie sind und wie du sie vermeiden kannst, erfährst du gleich im Video. Vorteil Nummer 7. Kontaktlos bezahlen mit dem Smartphone. Wie schon gesagt kannst du mit der virtuellen Mastercard-Debitkarte sowohl Google Pay als auch Apple Pay für mobiles Bezahlen nutzen. Es spielt also keine Rolle, ob du ein Android-Smartphone oder ein iPhone hast. Auch Smartwatches mit Android oder IOS können genutzt werden. Sowohl die Nutzung von Apple Pay als auch von Google Pay ist gratis für dich. Vorteil Nummer 8. Kunden werben Kundenprogramm. Die Commerzbank bietet ein attraktives Kunden werben Kundenprogramm, mit dem du 100 Euro für jeden geworbenen Kunden erhältst. Wenn du also zufrieden bist und es Freunden oder Familienmitgliedern empfiehlst, kannst du dir so eine attraktive Prämie sichern. Die Nachteile des Commerzbank Girokontos. Das Girokonto bietet einige Vorteile, trotzdem gibt es natürlich auch hier Nachteile. Nachteil Nummer 1. Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos. Wie bei vielen anderen Konten auch, ist für die kostenlose Kontoführung ein monatlicher Mindestgeldergang nötig. Er beträgt hier 700 Euro. Hast du den nicht, fällt eine monatliche Kontoführungsgebühr in Höhe von 9,90 Euro an. Nachteil Nummer 2. Es kann ein Verwarntgeld anfallen. Bei Guthaben von mehr als 50.000 Euro fällt ein Verwarntgeld in Höhe von 0,5% per annum an. Es gilt ein Freibetrag von 50.000 Euro, sodass der Negativzins nur für Beträge fällig wird, die darüber hinausgehen. Nachteil Nummer 3. Schalternutzung nicht möglich. Beim kostenlosen Konto kannst du nur die Auszahlungs- und Einzahlungsautomaten in den Commerzbank-Filialen nutzen. Die Schalternutzung kannst du auf Wunsch gegen eine Gebühr dazu buchen. Was es kostet, das erfährst du gleich. Nachteil Nummer 4. Bargeld abheben im Ausland ist nicht kostenlos. Wenn du im Ausland abhebst, fallen mit der Girocut 1% Gebühren bei mindestens 5,98 Euro je Abhebung an. In Fremdwährungen, ausgenommen schwedische Kronen und rumänische Loy, wird zusätzlich ein Währungsumrechnungsentgelt in Höhe von 0,59% berechnet. Nutzt du die Mastercard Debit zum Geldabheben im Ausland, fallen folgende Gebühren an. 1,95% bei mindestens 5,98 Euro zuzüglich 1,5% Auslandseinsatzgebühr und bei Fremdwährungen kommen noch 0,59% Währungsumrechnungsgebühr hinzu. Das Auslandseinsatzentgelt und das Währungsumrechnungsentgelt entfällt in Dänemark und in Rumänien auch mit der Mastercard. Wie du diese Gebühren und die vom Nachteil Nummer 5 komplett vermeiden kannst, zeigen wir dir am Ende des Videos, also bleib unbedingt dran. Nachteil Nummer 5 Bezahlen im Ausland ist nicht kostenlos Innerhalb der Eurozone kannst du mit der Girocut kostenlos bezahlen. In Ländern der EU, die eine andere Währung haben, werden Gebühren in Höhe von 1% bei mindestens 1,50 Euro berechnet. Außerhalb der EU sind die Gebühren ebenfalls 1% der Zahlungssumme, allerdings bei mindestens 2,50 Euro. Mit der Mastercard Debit kannst du in der Eurozone und in Dänemark sowie in Rumänien kostenlos bezahlen. Außerhalb dieser Länder fällt ein Auslandseinsatzentgelt von 1,5% und ein Währungsumrechnungsentgelt von 0,59% an. Nachteil Nummer 6 Die kostenlose Mastercard ist keine echte Kreditkarte Die Mastercard ist eine Debitkarte. Du erhältst also keinen Kreditrahmen. Zahlungen werden umgehend vom Konto abgebucht. Mit Debitkarten kann es bei manchen Autovermietungen zu Problemen mit der Akzeptanz kommen. Eine echte Kreditkarte kannst du entweder mit dem kostenpflichtigen Extra Premium Package dazu buchen oder du wählst unseren Kreditkartentipp ohne Extrakosten. Einen Link findest du in der Beschreibung. Die Vorteile und Nachteile des kostenlosen Commerzbank Girokontos noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile kostenlose Kontoführung ist möglich, 50 Euro Startguthaben, Bargeldeinzahlungen sind kostenlos, kostenlose Girokart inklusive, Geld abheben in Deutschland flächendeckend kostenlos, kostenlose Mastercard inklusive, allerdings nur virtuell, kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone, kontaktlos bezahlen ist mit Android Smartphone und iPhone möglich und Kunden werben Kundenprogramm. Die Nachteile Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos, es kann ein Verwarntgeld anfallen, Schalternutzung nicht möglich, Bargeld abheben im Ausland ist nicht kostenlos, Bargeld bezahlen ist im Ausland nicht kostenlos und die Mastercard ist keine echte Kreditkarte und wird nur virtuell ausgegeben. Die Zusatzpakete Zum kostenlosen Commerzbank Girokonto können zwei Pakete gegen eine monatliche Gebühr hinzugebucht werden. 1. Das Extra Classic Paket für 6,90 Euro im Monat Mit diesem Paket erhältst Du folgende Zusatzleistungen Der Mindestgeldergang entfällt Du erhältst auf Wunsch bis zu zwei Girokarts kostenlos Du kannst auch die Schalter in Filialen für kostenlose Bargelentzahlungen und Auszahlungen nutzen Du bekommst eine physische statt einer virtuellen Mastercard Debitkarte Papierhafte Zahlungsaufträge sind gratis, zum Beispiel Scheck-Einreichungen und Anrufe bei der Kundenhotline werden mit höherer Priorität behandelt. 2. Das Extra Premium Paket für 12,90 Euro im Monat In diesem Paket erhältst Du folgende Zusatzleistungen Der Mindestgeldergang entfällt Du erhältst auf Wunsch bis zu zwei Girokarts kostenlos Du kannst die Schalter in Filialen für kostenlose Bargelentzahlungen und Auszahlungen nutzen Du bekommst zwei physische Premium-Kreditkarten mit jeweils 25 kostenlosen Auslandsabhebungen jährlich Papierhafte Zahlungsaufträge sind gratis, zum Beispiel Scheck-Einreichungen, Anrufe bei der Kundenhotline werden mit höherer Priorität behandelt und es ist ein umfangreiches Versicherungspaket inklusive. Lohnt sich das kostenlose Commerzbank Girokonto? Unsere Bewertung Das kostenlose Commerzbankkonto verbindet die Vorteile eines Online-Kontos mit denen eines Filialkontos. Es ist besonders dann sehr interessant, wenn die Möglichkeit von kostenlosen Bargelentzahlungen wichtig für Dich ist. Sie sind beliebig oft an den Geldautomaten der Commerzbank gebührenfrei möglich. Nachteile wie die Kosten, die beim Einsatz der Karten im Ausland anfallen, lassen sich einfach mit einer kostenlosen, kontounabhängigen Kreditkarte umgehen. Statt der virtuellen Mastercard der Commerzbank, empfehlen wir Dir die Barclays Visa ergänzend zu bestellen. Die Karte kommt ohne Jahresgebühr und kann mit jedem vorhandenen Girokonto genutzt werden. Sie ist eine echte Kreditkarte, mit der Du weltweit kostenlos Geld abheben und bargelos bezahlen kannst. Mit ihr umgehst Du auch Akzeptanzprobleme bei Autovermietungen. Einen Link findest Du in der Beschreibung. Alternativen zum kostenlosen Commerzbankkonto Eine besonders interessante Alternative ist das Norisbankkonto. Die Kontoführung ist bereits ab einem monatlichen Mindestgeldergang von nur 500 Euro kostenlos. Auch bei der Norisbank ist eine Girokarte enthalten. Kostenlos Geld abheben kannst Du ebenfalls an den Automaten der Cash Group sowie bei Shell-Tankstellen und im Einzelhandel. Bargeld-Einzahlungen sind an den Automaten in deutsche Bankfilialen gebührenfrei möglich. Wenn Du Dich für das Norisbankkonto entscheidest, empfehlen wir Dir ebenfalls als Ergänzung eine kostenlose Kreditkarte wie die Barclays Visa, um die kostenlose Nutzung weltweit zu ermöglichen. Alle Links findest Du wie immer in der Beschreibung. Hast Du noch Fragen zum Konto? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten Sie gern. Wenn Dir das Video zum Commerzbank Girokonto gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.